In Kürze startet wieder das Weltwirtschaftsforum oder World Economic Forum in Davos. Wie jedes Jahr werden sich dort die Reichen und die Mächtigen treffen, um über das Schicksal der Welt zu debattieren. Es gibt ja jede Menge Verschwörungstheorien zum Weltwirtschaftsforum in Davos, zu dem, was Klaus Schwab sagt und so weiter und so fort. Er hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass diese Verschwörungstheorien verbreitet wurden durch so groteske Werke wie zum Beispiel The Great Reset, wo er sich anmaßt, dass er weiß, wie man die ganze Welt hier neu strukturieren und organisieren kann. Keine Frage, das sind komplett verrückte Thesen. Ich persönlich glaube nicht an Verschwörungstheorien, die hier mit Davos zusammenhängen. Ich glaube nicht, dass Klaus Schwab und die neue Weltordnung hier die neuen Herrscher der Welt sind, die im Hintergrund die Strippen ziehen und unser aller Schicksal hier letztlich lenken und steuern. Ich glaube dies, wie gesagt, nicht. Ich bin grundsätzlich gegen Verschwörungstheorien. Aber dennoch, dennoch, hör mir bitte zu. Ich weiß, du magst jetzt vielleicht sagen, was für ein Idiot, warum glaubt er daran nicht? Das sind doch alles Dinge, die sind bewiesen. Dennoch muss ich sagen, auch ich stehe dem Weltwirtschaftsforum in Davos sehr kritisch gegenüber und ich möchte dir hier darlegen, warum. Auf dem Thumbnail zu diesem Video sprechen wir ja hier die Krake von Davos an. Ich fand diesen Ausdruck einfach genial. Die Krake von Davos ist ein Buch von Miriam Moum, 2023 erschienen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich kann es dir auch nicht empfehlen, aber es geht auch so in Richtung Verschwörungstheorien. Aber ich fand einfach den Titel so genial, dass ich gesagt habe, wir müssen diesen Titel unbedingt verwenden, diesen Ausdruck. Die Krake von Davos, das macht so richtig deutlich hier, was wir letztlich ja immer im Weltwirtschaftsforum sehen und was auch die Kritikpunkte daran sind. Wenn wir uns anschauen, was noch als Krake bezeichnet wird, dann ist es oftmals zum Beispiel die italienische Mafia, die auch diesen Krakenbegriff vermittelt. Wer in den 1980er Jahren groß geworden ist, der kennt vielleicht noch die italienische Fernsehsendung Allein gegen die Mafia. Da ist der Originaltitel La Piovra. Das heißt genau die Krake. Und vielfach auf Promotion-Material in Italien zu dieser Serie wurden Bilder von Kraken verwendet, ähnlich wie wir sie jetzt hier auf dem Thumbnail verwendet haben. Und das ist durchaus, finde ich, hier passend für Davos. Also solche mafiösen Strukturen, wo so wichtige, wo die Wichtigen und die Reichen zusammenkommen, so im stillen Kämmerchen die Köpfe zusammenstecken und dann Pläne aushacken für die nächsten Deals und wie man hier möglichst neu profitieren kann. Und das ist genau der erste wichtige Kritikpunkt an Davos. Dieser Corporatismus, wie man dazu sagt, oder auf Englisch Corporatism. Denn wenn du dir anschaust, auch zum Beispiel im Buch The Great Reset von Klaus Schwab, wer derjenige ist, der hier profitieren soll von dieser neuen Weltordnung, die er hier vorschlägt, dann ist es ja nicht der Einzelne. Hier geht es nicht um die Freiheit des Einzelnen, die hier gefördert werden soll, also deine Freiheit und meine Freiheit, sondern profitieren soll von dieser Neuordnung im Wesentlichen Organisationen, also NGOs, Regierungen und Unternehmen, also große Konzerne. Nicht aber der Einzelne. Es geht letztlich darum, hier Strukturen zu schaffen, die die Identität des Einzelnen auflösen. Und dann gibt es vielleicht irgendeine Stiftung hier, die dann für dich zuständig ist und die dann entscheiden kann, wie zum Beispiel Geld oder so verteilt wird. Wir sehen das ja heute sehr deutlich schon bei bestimmten Minderheiten oder auch zum Beispiel in Entwicklungsländern, wo ja doch diese Macht der Stiftungen ganz enorm ist. Und vielfach wollen ja zum Beispiel afrikanische Bürger gar nicht hier die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung da drin haben. Und die wollen gar nicht, dass die dann letztlich das Geld bekommt, das dann wieder in Afrika verteilt wird. Sondern die sagen sich im Grunde genommen, wir können selbst für uns entscheiden, was wir wollen. Wir brauchen nicht irgendeine NGO, nicht irgendeine Stiftung dazwischen, die hier dann für uns entscheidet. Aber die Gruppen in der Bevölkerung, die hier von diesen NGOs letztlich vertreten werden, fragt keiner, ob sie das überhaupt wollen. Willst du hier irgendeine NGO haben, die dich vertritt, die deine Interessen vertritt? Und diese Kultur letztlich, dass es hier irgendwelche Organisationen gibt, die in irgendeiner kleinen Clique drin sind, die dann über die Geschicke der Welt entscheiden sollen im Rahmen des Great Reset, was hier Klaus Schwab vorschwebt, also der sogenannte Kooperatismus, das ist doch etwas, was sehr problematisch ist. So Dinge wie freies Unternehmertum, Individualismus, meine persönliche Freiheit ausdrücken, persönliche Entscheidungsfreiheit, Freiheit zu tun, was ich möchte, das fällt hier alles komplett unter den Tisch und wird hier geopfert. Kooperatismus ist mein erster großer Kritikpunkt an Davos. Der zweite Punkt ist, dass Davos bzw. was Davos hier repräsentiert, sehr stark technokratisch ist. Was heißt technokratisch? Hat zunächst mit Technologie nichts zu tun. Aber es geht um eine sehr rationale Herangehensweise an Probleme. Und man sagt letztlich, dass so Dinge wie zum Beispiel soziologische oder psychologische Aspekte, sogenannte weiche Faktoren hier komplett vernachlässigt werden. Wir sehen das ja zum Beispiel an der Herangehensweise an die Covid-19-Pandemie. Also das heißt, da waren tatsächlich ja Technokraten hier in den Regierungen verantwortlich. Da hat man also gesagt, okay, wir haben diesen Virus, der breitet sich so und so schnell aus. Also wir geben Masken aus, jeder muss zwei Meter Abstand haben und wir geben eine Impfung aus und wir machen Lockdowns und wir machen dieses und wir machen jenes. Das ist also ein sehr technisches Herangehen eigentlich an das Problem. Was das Ganze jetzt für psychologische Effekte hat auf die Menschen, die davon betroffen sind, auf Schüler, die ihre Freunde nicht mehr sehen können, auf Männer und Frauen, die letztlich ihrer beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgehen dürfen, deren kleine Unternehmen möglicherweise ruiniert werden, Leute, die hier zu Hause festgehalten werden. All diese emotionalen Elemente, die solche Maßnahmen haben, wurden hier komplett vernachlässigt und dann wundern sich diese Regierungen, wenn die Menschen auf die Barrikaden gehen. Und wir sehen das ja in sehr vielen Bereichen. Wir sehen es jetzt nicht nur bei Covid, da war es vielleicht sehr deutlich. Wir sehen das überall. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Steuerpolitik. Da sagt man einfach, okay, hier gibt es wenige Reiche, die haben sehr viel Geld, die brauchen eigentlich nicht noch mehr Geld, also erhöhen wir hier Steuern. Dafür zahlen vielleicht einige Ärmere keine Steuern. Was hat das aber für eine Wirkung, wenn ich jetzt zum Beispiel alle Erfolgreichen hier als negativ tituliere und im Grunde sage, ihr werdet bestraft, erfolgreich zu sein. Das heißt doch im Grunde, dass diejenigen, die heute noch nicht so erfolgreich sind, aber vielleicht die Aspiration haben, erfolgreich zu werden, die Motivation haben, weil sie dann sagen, hier kann ich für meine Kinder ein besseres Leben schaffen, hier kann ich vielleicht Vermögen schaffen, was ich dann an meine Kinder weitergeben kann, hier doch komplett demotiviert werden. Und diese Demotivation, das hier Selbstbewusstsein, im Keim schon erstickt wird, weil demjenigen die Perspektive genommen wird, das wird komplett bei dieser technokratischen Weltsicht ausgenommen. Man versteht die Welt letztlich so, dass alle Entscheidungen auf vermeintlich sozial neutralem, wissenschaftlichem und technischem Wissen aufbauen. Technokraten gehen von der Annahme aus, es gäbe Ideologie und interessensfreie Wege, für das Gemeinwohl und für die staatliche Stabilität zu sorgen. Genau diese Dinge existieren alle nicht. Wir existieren nicht im luftleeren Raum. Regierung existiert nicht im luftleeren Raum. Menschen sind Wesen, die bestehen aus Körper, Geist und Seele. Man kann den Menschen nicht so verstehen, dass sie hier von Sachverständigen hier irgendwo gemanagt wird und dass dann alles gut wird. Menschen haben Emotionen, Freude, Angst, Wut und so weiter und so fort. Das alles lassen Technokraten in ihrem Weltbild komplett aus. Und genau darum geht es in Davos. Wenn du dir deren Publikationen anschaust, da werden die größten Probleme der Welt und wieder wahnsinnig anmaßend, immer diese Anmaßung überall, dass man hier wüsste, wie man diese Probleme lösen kann, nicht durch das Individuum gelöst und durch Initiative des Individuums, sondern durch irgendwelche Maßnahmen, die hier wie letztlich auf dem Schachbrett von oben gesteuert werden. Der dritte und wesentliche Punkt, der mich an Davos und den Teilnehmern an Davos so aufregt, ist im Grunde genommen diese Arroganz, die hier bei diesen Menschen doch ganz deutlich sichtbar wird. Und man kann es jetzt wieder sehen hier bei den Enthüllungen rund um Jeffrey Epstein in den USA. Viele der Personen, zu denen Enthüllungen hier veröffentlicht wurden, zum Beispiel Bill Gates oder auch Bill Clinton, sind ja bekannt dafür, dass sie immer predigen, wie sich andere Leute besser verhalten müssen. Du musst dies tun, du musst jenes tun, wir können das nicht tun, wir dürfen das nicht tun. Jeder soll sich hier auf eine ganz bestimmte Weise verhalten. Das alles trifft offensichtlich immer nur auf andere zu, nicht aber die reichen Politiker und die mächtigen Konzernbosse, die hier predigen. Also das typische Wasser predigen und Wein trinken wird doch hier gerade bei vielen Teilnehmern in Davos, die hier in den Schlagzeilen sind, man kann natürlich auch sagen, Prinz Andrew, der ja immer wieder gerne dort in Davos war, doch überaus deutlich. Mit dem Privatjet ankommen, aber anderen Leuten sagen, dass sie ihren Benziner nicht mehr verwenden dürfen. Wir denken zum Beispiel an Al Gore, der war auch in diesen Epstein-Papieren. Al Gore hat ja immer groß gepredigt, dass die Leute ihre Glühbirnen rausschrauben sollen. Selbst hat er aber hier opulent gelebt, ist im Privatjet durch die Welt geflogen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für andere. Prinz Harry da und seine Meghan immer groß predigen von Umweltschutz, aber wird im Privatjet überall hinfliegen und so weiter und so fort. Die Liste könnte immer weitergehen. Und es ist im Grunde diese Arroganz zu meinen, dass letztlich die Regeln für alle anderen gelten, dass ich hier oben an der Spitze sitze und Regeln für alle anderen machen kann. Oder möglicherweise nicht mal die Regeln machen kann, aber einfach mir anmaße zu wissen, was für die Weltbevölkerung hier jetzt die richtigen Maßnahmen sind, um die Probleme dieser Welt zu lösen. Ich mich aber selbst komplett anders verhalte. Es ist diese Arroganz, diese Anmaßung, Es ist diese Heuchelei, die mich so wahnsinnig an Davos und ähnlichen Veranstaltungen hier so aufregt. Dieser Mangel an Bescheidenheit. Sagen zu können, ich weiß nicht alles besser, sondern du hast vielleicht auch gute Ideen. Nein, man kommt da zusammen in einer solchen Blase in Davos und glaubt hier für 8 Milliarden Menschen auf der Welt das Schicksal bestimmen zu können. Diese Anmaßung ist doch auf gut Deutsch zum Kotzen. Soweit die drei Kritikpunkte an Davos. Mich würde deine Meinung interessieren. Lass mich wissen, was du dazu denkst. Ich hoffe, dass wir hier einen Konsens finden. Ich weiß, es ist ein emotionales Thema. Ich habe dir ja gesagt, ich glaube nicht wirklich an die Verschwörungstheorien. Die Dinge, die ich gesagt habe, sind natürlich trotzdem Kritikpunkte an Davos. und daher sind wir hoffentlich dennoch hier auf der gleichen Wellenlänge. Lass mich wissen, was du denkst. Ich freue mich hier, deine Kommentare zu lesen und zu beantworten. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.